Ja, herzlich willkommen liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen zu dieser Fortsetzung in der Folge Digitale Lehre. Ich wende mich heute den synchronen Formaten zu und hier zunächst einer Möglichkeit, wie man miteinander in Kontakt treten kann. Wie Sie wissen, ist unsere Hoffnung, dass wir im nächsten Semester in Präsenz werden unterrichten können. Allerdings steht das Ganze noch in den Sternen und die asynchronen Formate, die ich Ihnen vorgestellt habe, also die Input-Videos und vor allen Dingen die Audio-Inputs zur Überleitung in die Präsenzphase, funktionieren so oder so, egal ob wir im virtuellen Raum oder in Präsenz unterrichten. Den Chat empfehle ich Ihnen unabhängig davon, egal ob wir im Präsenz- oder im virtuellen Raum unterrichten, denn es ist auch sinnvoll, über den Seminar- oder Vorlesungskontext hinaus miteinander in Kontakt zu stehen und sich auszutauschen. Und das Ganze ist vor allen Dingen für gemeinsame Erarbeitungsprozesse etwas progressiver und zielführender als die unidirektionale Kommunikation versus E-Mail. Was ich genau darunter verstehe, würde ich Ihnen jetzt ganz gern mal hier entwickeln. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir in den vorangehenden Folgen uns über den Output, den Input, Video-Input von 45 Minuten oder 2 mal 20 Minuten unterhalten haben. Und hier ging es vor allen Dingen um den Video-Input für den Wissenstransfer. Und ich hatte Ihnen angedeutet, dass das natürlich etwas ist, das relativ stabil eingesetzt werden kann und auch stabil bleiben darf. Und dann hatten wir angenommen, es gibt so etwas wie eine, zum Beispiel an Einführungskursen, so etwas wie eine Präsenzphase. Und in diese Präsenzphase müssen Sie überleiten. Und hier hatte ich platziert den Audio-Input, gestützt mit PDF, ja, also für eine, zum Beispiel für eine Aufgabe oder die Vorstrukturierung einer Diskussion. Vor allen Dingen zur Aktivierung von Studierenden. Aktivierung, ja. Und jetzt sind wir hier in diesem Bereich, in der Präsenzphase und, also ich hebe das vielleicht nochmal ganz kurz vor. Und diese beiden, also Video-Input und Audio-Input, sind asynchron und der eigentlichen Veranstaltung vorausgestellt. Sie sehen also, dass man hier mit Mitteln, die die Digitalisierung zur Verfügung hält, eigentlich die Präsenzlehre reformiert und nicht die Präsenzlehre abschafft. Jetzt ist es allerdings so, dass wir möglicherweise nicht in Präsenz gehen können und dafür brauchen wir ein Forum. Das heißt, einen Platz, an dem wir gemeinsam miteinander kommunizieren können und dafür bieten sich Messenger an, die über eine entsprechende Funktionalität verfügen. Sie sollten erstens die Organisation in Gruppen zulassen. Das zweite ist, Sie sollten Medien einbetten können, also das heißt Video, Ton und so weiter. Und Sie sollten dadurch asynchrone und synchrone Kommunikation erleichtern, je nachdem, worauf Sie gerade setzen. Das heißt, egal ob Sie Präsenzseminare oder Präsenzveranstaltungen für das Wintersemester planen und umsetzen können oder aber auf eine Messenger-Kommunikation umsteigen. Hier geht es vor allen Dingen um eine Arbeitsbasis in einem seminaristischen oder in einem Einführungskontext. Und dafür brauchen Sie Messenger. Und diese Messenger sichern Ihnen die synchrone Kommunikation zu, die Sie brauchen. Welche Tools können Sie dafür verwenden? Glücklicherweise ist es so, dass wir an der TU Dresden den Messenger-Matrix haben. Den habe ich im letzten Video schon angesprochen, wenn es um das Teilen von Audio-Files geht, in einem Matrix-Client, der sowohl webbasiert ist als auch als Standalone-Client für PC, natürlich dann für alle Betriebssysteme verfügbar ist und auch als mobile Applikation. Das ist der nächste Punkt. Also es muss eine mobile Applikation sein. Also ich schreibe jetzt hier mal Clients als Stichwort hin. Das heißt, es muss vom Smartphone aus bedienbar sein und sowohl unter Android als auch iOS. Das nächste, was Sie verwenden können, wenn Sie nicht in Deutschland sind und sich nicht den Datenschutzbedingungen unterwerfen müssen. Ich habe in verschiedenen Kontexten sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ist Telegram als ein Messenger, der dieselbe Funktionalität aufweist wie Matrix, als Plus allerdings Videobotschaften und Audiobotschaften zulässt. Auch das kann sinnvoll und nützlich sein. Und wenn Sie andere dabei sehen, wie Sie WhatsApp benutzen, empfehlen Sie bitte entweder immer Telegram oder wenn ein entsprechender Messenger bei Ihnen an der Universität vorgehalten wird, den Messenger, der dann auf bestenfalls universitätseigenen Servern läuft. Sollte das Wintersemester in Präsenz stattfinden können, in kleineren Gruppen, etablieren Sie trotzdem solche Foren, also die digitalen Austauschforen, die die Seminardiskussionen stützen können. Und bleiben Sie hierüber in Kontakt. Das ist das wichtigste Kommunikationsmittel. Ich mache mal einen Ausblick auf die nächste Folge. Videokonferenzen, ja, sollten dem nachgelagert sein. Also das heißt, primär für Ihre Kommunikation ist eine Messenger-Gruppe, in die Sie Studierende anleiten und einführen und dann mit Ihnen hier in Kontakt und in Austausch treten und in Austausch bleiben. Soviel für heute dazu. In dem nächsten Video werde ich mich den Videokonferenzen zuwenden und zeigen, wann und wie Sie diese am besten einbetten können, in einem synchronen Kontext. Das ist allerdings dann schon ein Plus für die rein digitale Umsetzung von Lehrveranstaltungen. Unabhängig davon ein schönes Tool, um Vorträge vorzubereiten, Gastverträge hinzuzuziehen. Auch hier können Videokonferenzen Präsenzveranstaltungen in hybriden Formaten massiv voranbringen und unterstützen. Denn die wichtigste Ressource, die wir alle haben, ist Zeit. Und man überlegt es sich gut und gern, ob man für einen Gastvortrag an eine andere Universität fährt mit zwei Tagen Reise oder ob man sich auf eine Diskussion zum Beispiel einlässt innerhalb einer Videokonferenz. Aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Für heute so viel. Um synchrone Kommunikation zu ermöglichen, etablieren Sie bitte für Ihre Kurse und für Ihre Veranstaltungen Messenger-Gruppen entweder auf offiziell zur Verfügung gestellten Servern, wie bei uns an der TU Dresden mit Matrix. Oder wenn Sie das nicht zur Verfügung haben, weichen Sie auf einen entsprechenden Dienst aus. Achten Sie aber dann auf die Datenschutzkonformität und holen Sie Erklärungen ein, Datenschutzerklärungen, falls das notwendig sein sollte. Für heute soll es das gewesen sein. Und ich bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin ganz herzlich,